So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und heute ist der Suikun Raid-Tag von 16 bis 19 Uhr an jede Arena Suikun. Juhu! Und wir wollen natürlich wieder durch Hibohausen ziehen und jede Arena mitnehmen und mal gucken, wer das Shiny bekommt und wie viele Shinies dabei sind. Und diesmal gehen wir das Feld von hinten an, das ist ganz wichtig. Wir haben ja sonst immer unten angefangen in Walraps, sind durch die ganze City, sind dann wieder hoch hin und her und haben bei der Schutzhütte am Schafsteig dann aufgehört, Feierabends Bierchen getrunken. Heute machen wir es anders, der Kenny steht schon da, der nimmt uns jetzt mit. Wir fangen oben an, kremmeln das Feld von hinten auf und gucken mal, ob wir sogar mehr hinkriegen als sonst. 23, 22 haben wir uns vorgenommen, werden ein paar weglassen, dafür ein paar andere mit reinnehmen. Es gibt ja auch noch eine neue Arena und mal gucken, wie es dieses Mal wird. Ich hoffe, wir haben natürlich Spaß und alle sind pünktlich und es klappt alles. Und dann gucken wir, wer das erste Shiny bekommt. Ganz traditionell hat der Kenny natürlich wieder hier die Raid-Liste vorbereitet. Sternstück nicht vergessen mit Swingersmile hier oben. Ganz wichtig, es gibt ja 4.500 für jeden Raid, den ihr mitmacht. Sternstücke halten auch eine Stunde, also drei Stück bräuchtet ihr. Die 100% steht auch dabei, 17,4 und bei Regen eben 21,30. Das sind jetzt alle Arenen drauf, die wir heute machen wollen, in umgekehrter Reihenfolge. Wie gesagt, Suikun von hinten, heute das Thema. So, da sind wir also im ersten Raid. Ganz wichtig natürlich, Sternstück anmachen und Glücksei am besten auch noch. Habt ihr alle Sternstücke angemacht? Dann macht mal noch ein Glückssei an für Levelaufstiege, Ed Weger, andere Sachen. Was mache ich denn hier? Ich bastel mir mal schnell noch ein Team. Geben wir mal Elektro ein. So, Elektro nach WP sortiert. Und hauen uns gleich mal hier das Elev Voltech rein. Das soll ja das Beste sein. Zwei Raikou hinterher, das Zapdos, weil es einmal da ist. Und das Magnezone, das 100er, das nehmen wir auch mal mit. Und ein Blitzer, weil es so schön ist. Das haben wir ja schon ewig nicht mehr benutzt. Das speichern wir uns gleich hier. Suikun. So. Das nehmen wir mit. 14 Leute, hier muss ich jetzt auch noch anmachen. Und dann sehen wir uns natürlich nach dem ersten Raid. Ach, das sag ich nachher natürlich. Wir sehen uns nach dem ersten Raid. Wer hat ein Shiny, wer nicht? Dann wird es wieder spannend. So, und an der Schafsviertel ist es jetzt also down. Wir werden gleich mal durchdrücken bei den anderen. In der Mitte machen wir es wieder spannend. Und schauen mal, ob da irgendwo ein... Oh, hier muss man überall drücken, wie ein Bekloppter. Was, 17,4 war das? 100er. Gut. Drücken mal. Und haben einen. Auf jeden Fall kein Shiny. 16,94. Sieht aber schon mal gut aus. Können wir mal mitnehmen. Nehmen wir sonst jemanden ein Shiny, irgendwas? Nicht. Bei mir ist es noch nicht klein. Mehr als 16,94 jemand? Nicht. Nicht. Gut. Fahren wir weiter. Melden uns bei der nächsten, nach dem nächsten Raid. Und da ist doch ein Shiny dabei. Beim Devereux. Gleich im ersten Raid mit 16,61. Das ist hübsch. Wunderbar. Dann fangst schnell. Aber jetzt geht es weiter zur Wildarten-Tafel, glaube ich. So, Wildarten-Tafel ist auch down. 17 Bälle. 16,90 höre ich da vorne. Da ist auch nichts. 16,48 auf dem großen. Und das Handy ruckelt übelst. 16,62 hier drüben noch. Da auch kein Shiny. Nichts dabei. Joa, würde man sagen, fangen wir schnell. Machen doch mal lieber den Ton aus. Ich glaube, das explodiert gleich. Okay. So, das sieht gut aus. Ich weiß nicht, was damit los ist. Und dann geht es weiter zum Friedhof. Zur Trauerkapelle, glaube ich. Und da sehen wir uns dann wieder. So, Trauerkapelle ist also auch nieder. Da kenne ich es nochmal zurück. Da ist aus der Arena gesprungen. Wir sind schon weitergelaufen. Jetzt gucken wir mal kurz hier auf den Hauptaccount. Und nichts. Hey, das ist ja wie. Oh, 16,71 auf beiden. Ist aber auch nicht gut. Wie gesagt, 17,4 brauchen wir, glaube ich. Das müssen wir jetzt fangen. Und dann ziehen wir natürlich weiter. Nee, sind wir nicht. Wir sind schon an der nächsten Arena. Wir machen hier dann gleich weiter. Friedhof gleich immer drei Stück. Sehr schön. Drei. Ich kann keine drei zeigen. Gut. Aber wir fangen jetzt erstmal. Hier machen wir einen Shiny, was gut ist. 16,94. Nein, spielen sie Fußball. 16,94. Das ist ein gutes. Das hat bestimmt Angriff 15. Das hat meins ja mich auch eben gehabt. So, das Denkmal ist auch da. Und wir drücken mal kurz den großen durch. Und haben nichts. Wie immer mit 16,78. Aber hier ist ein Shiny, habe ich gehört. Zeige ich mal kurz. Shiny, wunderbar. Sonst jemand, was gut ist? Über 78. Und dann gleich kommt noch der dritte auf den Friedhof. Und dann sind wir auch hier schon wieder weg. Und schreien am besten nicht so laut rum. So, wieder auf dem Weg zum Auto. Pupsi, kannst du mir in der Mitte bei 16 bitte draufdrücken, dass man sieht, ob auf dem großen was ist. Und? Nichts. Man kennt es schon nicht. 16,69. Hier drüben ist auch 16,87. Und auf dem kleinen ist noch ein Shiny drauf. Das sehen wir mal hier. Da ein Shiny. Das springt in die Luft. Achso, da ist auch noch eins. Das können wir auch sehen hier auf dem Wurfen. Und Pupsi noch ein Shiny. Wir sind wieder auf dem Weg zum Auto. Der hat auch noch eins. Der hat auch noch eins. Was machst du denn? Hier, das müssen wir auch noch zahlen. Gut, drei Shinys in einer Runde. Das ist doch richtig genial. Der Friedhof bringt Glück. Und da stehen schon die anderen. Guckt euch das an. Die Meute. Aber wir müssen uns ja aufteilen. Rennen mal kurz hier durch. Viel Erfolg. Danke schön. Und jetzt, glaube ich, Stadtwappen und Alte Kirche. Weil Schwimmbad fällt ja raus. Weil da Pässe raus sind. Wieder für ein X-Raid. Und deswegen geht es dort weiter. Aber das ist auch gut. Gleich Doppel-Raid. Und Accounts müssen wir ummelden. Mal fünf Rates sind um. Und dann werden wir die anderen kleinen Accounts noch durchdrücken. So, und die Sporthalle ist auch down. Ich sitze hier jetzt am Fenster. Da ist wenigstens ein bisschen Licht. 16,94 sehe ich hier auf dem Kleinen. Bei dem Großen mal 17 Bälle. Aber nichts. Das werde ich heute noch öfter sagen. 16,83, das fangen wir jetzt. Da noch irgendwas. Irgendjemand über 16,94. Die anderen, die Motorradgang, ist auch schon da. Wie man da sieht oder auch nicht. Sind alle am Start. Einer ist gerade abgehauen. Aber jetzt geht es weiter. Ich habe gesagt Stadtwappen und Alte Kirche. Aber ich habe die Sporthalle vergessen. Jetzt geht es aber, glaube ich, Stadtwappen und Alte Kirche. Wir fahren einfach durch die Stickel. So, Stadtwappen ist natürlich auch down. Wir gucken mal auf den großen Account. Drücken fix durch. 16 Bälle und nichts. Das ist wunderbar. 16,62, aber hier auf dem Kleinen. Mit 16,61 ist noch ein Shiny drauf. Wunderbar. Hier seht ihr den Rest. Da vorne nichts. Da hinten nichts. Da drüben nichts. Schnell fangen, denn der andere Raid ist auch direkt hier. Mal gucken, was da rauskommt. Shiny habe ich gehört. Das will ich sehen. Ist das links oder rechts? Rechts. Da vorne ist nichts. Da auch nicht. Aber hier sehe ich was. Auf dem ist nämlich auch noch was. Mit 16,66. Der kommt aus der Hölle. Wir drücken natürlich beim Großen wieder durch. 17 Bälle. Jetzt ist aber gut da draußen. Rechts der hat sogar auch 16,66. Das ist ja interessant. Hier, 16,66 und hier auch 16,66. Den 63 versuchen wir zu fangen und dann geht es weiter in den Dino. Dino und Sonnenuhr. So, Stadtwappen. Hausfassade ist um. Shiny, wo? Zeig dir mal. Auf meinem Kleinen. 16,48. Richtig genial. Wie ich gekriegt habe, heißt auch ein Shiny. Der Account von Benni. Der komische Account, den du gekriegt hast, auch Shiny. Der Benni liegt nämlich da vorne im Auto. Die haben nämlich ein Biathlon mitgemacht. Sind alle betrunken. Guck mal kurz hier. 16 Bälle und nichts. So muss es sein. Ich hoffe, das bleibt so. Dann kann ich nämlich ein Hater-Video machen. Wir fangen jetzt noch schnell. Hier ist auch direkt der Dino und dann geht es weiter. So, jetzt aber der Dino down. Nein, du hast keinen Platz mehr in deiner Box. Was mache ich jetzt? Ich muss schnell Babys wegschmeißen. Habt ihr auch schon mal Babys weggeschmissen? Schreibt es mal in die Kommentare. Oh, hier ist 16,90. Ach nee, ist doch nicht gut. Hab mich schon gefreut. Nee, 17,4 brauchen wir ja. Ja, 17,4. Wir drücken mal auf den Großen und haben nichts. Das ist sehr schön. 16,75 bei euch auch nichts. Dann werden wir gleich nochmal die Accounts umwechseln, die nächsten Fünfer anmachen. Also mindestens zehn sind es glaube ich noch. Da kann doch einiges passieren. Der No-Name-Fort hat fünf Rates gemacht und zwei Shinies. Das ist natürlich sehr gut. So, Stolpersteine auch down. 16,73 hier. 18 Bälle auf dem Großen und nichts. Sehr schön, das machen wir. 16,87, das nehmen wir noch mit. Sonst glaube ich nichts Gutes dabei, oder? Was, 97? 97, sage ich einfach mal. Wir fahren dann gleich weiter zum Löwen, denke ich mal. Und gucken, ob da noch was rauskommt. Accounts in gewechselt, neue Fünferrunde. Es geht los. So, und wie ihr seht, sind da sogar noch Glücksfreunde aufgestiegen. Mr. Moonlot und du seid jetzt Glücksfreunde. Richtig genial. Der Spezialtausch heute ist auch noch offen. Wenn der es so die Kuhn bekommt, Shiny, könnte man das theoretisch gleich tauschen. Kann man aber eigentlich auch nicht, weil ich kriege ja keins und dann wird es wieder teuer. Also erst mal warten und mal gucken, vielleicht hat er auch noch was anderes, was ich schon länger such. So glüppig, ne? Ne, den habe ich letztens erst gemacht. Aber es sieht auf jeden Fall genial aus hier. Zweimal nebeneinander. Zack, Glücksfreunde, Moonlord, Iverscharf. Aber wir sind immer noch auf dem Weg zum Löwen. Ihr seht, das ist eine weite Strecke. Deswegen sind wir immer noch nicht angekoppelt. So, die Frisur sitzt und wir drücken mal wieder kurz die zwei anderen Accounts durch und sehen ein Shiny mit 16,78. Hier haben wir sogar auch ein relativ gutes mit 16,92. Hier Shiny 16,78. Aber wir müssen natürlich auf dem Großen gucken, dass wir keins haben und nichts. Wunderbar. So kann es weitergehen. 16,81. Das tut mir ein. Was gibt es bei euch? Nichts. Es gibt überall nichts. Schöne Grüße an Benni, wenn er das sieht. Der hat gerade da vorne eine Pfütze hingemacht. Wie er das gemacht hat, schreibt es mal in die Kommentare, was ihr denkt. Wir sehen uns dann beim Brücke der Technik. Der, bei der Brücke. Das ist nämlich X-Raid Arena. So, Brücke der Technik, die X-Raid Arena ist auch fertig. Wir haben hier, oh, 16,27 auf dem Kleinen. Das sieht gut aus. Jemand ein Shiny. Wir haben 16 Bälle auf dem Großen und ein Nichts. Siehst du, das zieht sich durch 16,59. Das fangen wir auch mal. Hinter uns brummt schon der Motor. Und dann gehen wir gleich noch zum Teada. So, Teada ist auch down. Und wir haben wieder mal, wir gucken erst mal da. 52,77. Glückseier aktiv. Sehr schön. 15 Bälle auf dem Großen mit nichts. Wunderbar, so muss es sein. 16,80. Oh, da hat jemand ein Shiny. Ich habe das gehört. Wunderbar. Bei euch hier nichts. Da drüben nichts. Da vorne nichts. Was ist das? Warte mal. Da ein Shiny beim Herrn Wagner. Nein, nein, beim Benny. Beim Benny. Der Benny, da ist der Benny und da ist ein Shiny. Rennt ihr auch immer vor euren Shinies weg? Schreibt es mal in die Kommentare. So, und die Old Channel Bridge ist auch down. Wir drücken mal wieder bei den zweiten Accounts durch. Nichts, nichts. Da Shiny vorne. In der Mitte, wunderbar. Das daneben nicht. Da auch nichts. Jetzt die Preisfrage. Auf dem Großen Account natürlich wieder. 16 Bälle und nichts mit 16,83. Das fangen wir jetzt und gehen zur Spottanlage in der Wiesentstraße. Wart ihr auch schon mal in der Wiesentstraße? Schreibt es mal in die Kommentare. Ne, egal. Der Benny wird jetzt übrigens abgeholt. Von dem Wagen mit den viereckigen Rädern. Und dafür ist der grüne Halb vor uns. Wie ihr hier seht. Oh, Stirnacken. So, und die nächste Arena Down habe ich schon gehört hier vorne. Zweites Shiny in Folge. Zack. Was denn da noch? Nix. Was geht bei euch? Ich drücke mal hier kurz die zweite Accounts durch. Da müssen wir nochmal schauen. Jetzt muss ich hier wieder das alles wegdrücken. Sieht man wieder nix beim Ummelden. 54, 75 und beim Großen 17 Bälle. Und wir haben einen Shiny. Nein, warum? Jetzt kann ich gar keinen Hate-Blog aufmachen, weil da ein Shiny ist. Das fangen wir jetzt mal hier mit. Gelber Bäre live im Video. Zack, Ball nach vorne geschleudert. So muss es sein. Gerade frisch die Accounts gewechselt. Jetzt müssen wir als nächstes nämlich zum Bahnhof und Busbahnhof. Die anderen sind auch da. Haben sich gerade Tiefkühlpizza geholt. Und frisch gestärkt geht es also weiter. So, und Busbahnhof auch da. Und wir drücken gleich mal in der Mitte bei dem Großen durch. Und habe nichts. Aber hier 16,62 bei dem Kleinen. Das ist so dunkel. Ich muss mal hier raus. Bei euch ist nix weiter dabei. Okay. So, und der Busbahnhof ist auch down. Jetzt sind wir sogar aufgestiegen mit dem Nachbarauto. Ein Shiny und ein Shiny, ein Doppel-Shiny. Wir drücken mal kurz in der Mitte noch, damit ihr nicht... Warte mal. Jetzt wartest du. Jetzt muss ich erst in der Mitte gucken. Bei mir brauchst du nichts. Warte, zeig noch mal. Der grüne Hulk hat nämlich auch einen Shiny bekommen. 16,52. Und hier seht ihr das. 16,47. Und 16,83. Ist sogar einigermaßen gut. Das geht schnell mit Empfang. Und dann kommen wir noch zur alten Kirche Hesselried oder historische Kirche. Ist ja alles historisch in Hildburghausen. Da drüben sitzen sie. Jetzt wird zusammengradet. Drei Autos, eine Lobby, alles geht, nix muss. So. Und die Kirche, Birkenfeld. Ach, Hesselried ist auch down. Wir gucken mal kurz auf dem Großen. Auf dem Kleinen ist nämlich nichts. Und wir haben nichts. Mit 16,49. Da noch was bei jemandem? Nö. Nö. Nö, gut. Zwei in Walrabs warten noch. Und wenn wir Birkenfeld schaffen, hängen wir den noch dran. Es sind die meisten Arenen bis jetzt. Also heute geht es richtig ab. So, Glockenbrunnen ist auch down. Auf den kleinen Accounts haben wir nichts. 16,89. Da vorne glitzert es schon wieder. Bäm, das nächste Shiny. Wir gucken mal kurz, wenn kein anderer unterbricht. 17 Bälle auf dem Großen und ein Nichts mit 16,50. Immer noch kein Hunderter dabei. Wir werden jetzt noch schnell fangen. Es sind nämlich nur noch sieben Minuten. Und wir wollen immer noch zwei Rates machen. Das wird knapp. So, und das, wie heißt's? Suikon. Weltkriegsdenkmal. Will der mich verarschen? Ich hasse den. Das Weltkriegsdenkmal ist auch down. Wir gucken mal kurz auf den Großen, was da so geht. Nichts. Aber 16,44. Und hier guckt man auf den Kleinen. 16,90. Und da bei Marco. Ein Shiny. Mit 17,4. Also ein 100% Shiny bei Marco. Das ist keine Ahnung, was der da macht. Wie geht sowas, frage ich mich. Er hat immer Glück. Und vor allem habe ich gedacht, ich mache nur fünf bei ihm. Er wäre eigentlich jetzt fertig. Aber, oh nö, wir nehmen noch einen mit. So, ne. Kann man ja mal machen. Ich mache mal kurz die Bewertung drauf. Dass man das nochmal sieht hier. 100% Shiny Suikun. Bei Marco. Da kann er sich freuen. Ich habe ihn nämlich gestern noch gefragt, ob er heute auch zockt. Er hat gesagt, oh, er hat leider keine Zeit. Und weil ich ein Handy frei hatte, habe ich gesagt, jo, ich kann ja fünf bei dir mitmachen. Das hat sich doch gelohnt. Wunderbar. So, der Xtreme hat uns jetzt also verlassen. Und es ist 19.11 Uhr. Wir stehen jetzt in Birkenfeld. Und wie ihr seht, hier ist noch ein Raid. Eine Stunde 28 ist er noch offen. Bis 20.40 Uhr. Obwohl ja 19 Uhr der Raid-Tag um ist. Wir gehen jetzt trotzdem mal in die Lobby. Werden danach noch ein Feierabendsbierchen uns gönnen. Und wir sind immer noch gehypt. Wenigstens ein Shiny auf dem Großen. Bis jetzt. Und der Marco mit seinem 100er Shiny. Also wenn er das sieht, der macht einen Rückwärtssaldo aus dem Fenster. Mit einem Bierglas auf dem Kopf. Und X ist dabei in der Luft. Weil es dann rausschwappt. Genau, so. Wir machen jetzt noch mal den Raid. Und gucken dann noch mal. Und machen noch einen. Sagen dann einfach noch mal Tschüss. Hier drüben, da lachen sie schon wieder. Die Coyoten. Habt ihr das gesehen? So, und Birkenfeld ist auch fertig. Der letzte Raid also. Wir haben uns mal kurz ausgetauscht hier. Mit den Nebenbuhlern. Was haben wir? 16.90. Und hier 16.57 auf beiden. Ist da etwa der Silver-Account drauf? Nein, das passiert mir nicht. Wir gucken noch mal in der Mitte beim Großen. Ah! Shiny! Das ist ja lustig, dass wir den noch mitgemacht haben. Das zweite Shiny jetzt hier. Sehr schön. Jetzt kann ich eins traden, eins behalten. Wie auch immer. Das tüten wir gleich mal ein. Großartiger Wurf. Doppelte Bonbons natürlich. Und habt ihr auch so Arenen, die ein bisschen abgelegen sind, wo keiner hingeht. Wo ihr also selbst nach dem regulären Zeitraum noch Raids machen können? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Und ja, habt ihr auch schon mal einen Hunderter Shiny aus einem Raid bekommen? Schreibt es auch mal rein. Auf jeden Fall wieder mal sehr cool. Da sitzt noch ein Zubat. Das finde ich echt super. Hätte ja ein Shiny sein können. So. Da drüben sieht es auch gut aus. Da hinten ist noch irgendwo irgendwas. Wo sind die anderen? Keine Ahnung. Alle weg. Alle. Obwohl Suikun natürlich richtig mies ist, hat es trotzdem Spaß gemacht. Und das Shiny sieht ja trotzdem genial aus. Dem Marco wünsche ich viel Erfolg mit seinem Hunderter Shiny. Mal gucken, ob er es hochzieht und pusht. Das ist er mir jetzt schuldig. Für Raid am Mittwoch muss er seinen Hunderter Shiny pushen und maxen. Er hat bestimmt keine Bonbons. Aber schreibt ihr mal rein, wie war euer Suikun-Tag. Wie viele Shinies habt ihr bekommen? Wie viele Raids habt ihr gemacht? Und wir freuen uns natürlich auf den nächsten Raid-Tag. Und sind gespannt, was da irgendwann mal wieder kommen wird. Zwischendurch gab es ja auch Lapras und Gengar. Irgendwas wird sicherlich nochmal so kommen. Das war es von meiner Seite aus. Bis dahin. Peace out, Fahrlaub. Peace out, Fahrlaub. Euer Romsös.